Hey Sandy, hast du Lust auf Kino? Coole Idee, Doofmann. Was läuft denn? Da ist irgend so ein neues Ding. Zombraider nennt sich das. Irgend so ein Best-of. Soll angeblich sehr lustig sein. Jeder von ihr hört, klingt aber nicht schlecht. Lätst du mich dazu ein? Klar. Freu mich schon drauf. Wird bestimmt witzig. Dann mach hinne. Geht gleich los. Nicht, dass du noch zwei Stunden im Bad brauchst, wie sonst immer. Klappe, Doofmann. Bleib dir Spooky. Mach hinne. Bin doch schon da. Lass uns gehen. Oh cool. Ich will Popcorn. Okay, ich hol dir welches. Einen Moment bitte. Hallo, ist hier jemand? Popcorn bitte. Popcorn! Hier, bitte schön. Danke, Doofmann. Danke, Doofmann. Dann comic's Mal. 입net. Hallo. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020